hallo mein lieben da sind wir wieder bei satis factory und ja ich bin hier immer noch beim strom ich hatte eigentlich erst vor heute noch ein bisschen mit dem zu gucken ob ich doch ein bisschen eisen finde aber habe ich dann doch entschieden noch mal ein bisschen strom nachzuliefern oder war mal okay oder auch nicht das heißt ich muss erst mal ich muss erst mal gucken dass ich noch ein paar hier dinge ziehen kriege hier verstärkten abkriegen das muss ich noch mal machen hier zwar bringen die fünf aber irgendwie sind die kommen die stapler eisenplatten nicht so nach ich weiß nicht warum da gehen wir mal gucken eben eben mal lukiduki machen aber eigentlich kommen die genug nach ich weiß nicht warum die nicht nachkommen weil das sind ja nicht so viele die da gebraucht werden 36 9 12 also 120 und 120 hatte ich eigentlich ausgerechnet 120 müsste eigentlich ankommen von daher bin ich also ein bisschen verwirrt guck mal rechnen wir mal nach nachher das hier sind zwar 4 6 8 10 12 14 sogar 140 aber okay der kann nicht mehr als habe ich da jetzt tatsächlich in einer an dran da kann ja dann nichts passieren ich werde noch mal die die eisenplatten die die produktion hiervon stoppen das hat keinen sinn weil ich brauche unbedingt die die dinge anders kommen wir nicht weiter anders geht es nicht das ist zwar das ist zwar das ist zwar dahinten das habe ich doch als einer steht das würde ich blöd ist nehmen kommt jetzt nichts mehr an oder sie gerade pause ich muss 20 stück ich brauche 20 stück moment das schmeckt weg ich muss irgendwie gucken das war die position für die platten da ein bisschen besser hinbekommen wo habe ich jetzt die da ah ja stimmt stimmt ein bisschen muss ich mir leider mal ein paar selber machen noch mal ich mache immer auf pause und dann bin ich gleich wieder da so da bin ich wieder hoch wollte ich nicht und gerade kam die meldung dass die forschung fertig ist das platten scan abgeschlossen mal gucken kohle oder kupferrotor ich nehme erstmal den hier dann mal gucken war auf 2 naja der auch da musste er aber nicht weil das nur 40 wo daher ist das ja schon mal okay also ich habe keine keine ahnung woran es liegt auf jeden fall brauchen wir wie gesagt noch eisen ja ich würde normalerweise dass dahinten aber ich habe da hinten aber noch ganz weit weg dahinten aber warte mal dann muss ich aber erst mal gucken wieder dass ich meine durch die hier die betrunken hat mal um erreicht hier auch zu mir nichts zu sagen ist alles in ordnung haben wir sonst irgendwas gerade nicht da das bruch das wollte ich nicht ich wollte beton jetzt genau mehr betonien und hier ich will über schiff drücken und dort geht das war immer schrift und dabei braucht es aber noch nicht da rein ich glaube ich denn dann auch trägt strom mit gibt mir alles ich habe die reichen sie wahrscheinlich bald voll dann können wir das auch abbrechen zerlegungskiste wo habe ich denn die zerlegungskiste her wieso ist denn da jetzt eine zerlegungskiste hier drin ist egal so da müssten wir dann dahin da müsste eigentlich doch eisen sein es ist ja schade dass hier unten die sachen weggenommen haben das wollte ich nicht dann gehen wir mal ein bisschen auf auf jagd ich werde so besser gewesen wenn ich trägt die strom und somit kann man bitte warte war hier nicht auch noch irgendwo eisen anscheinend nicht da ist ja das wo ich den stadt immer mitnehmen das will ich aber nicht wirklich müssen glaube ich da hin da sind glaube ich drei stadt aber ich glaube das sind auch nur mittel mittel reine unreine oder wie die heißen das müssen wir doch mal schauen aber ich mache mich wirklich sehr verdammt was ich eigentlich machen wollte das ist ja unser das ja wo schon leider sind drei oder vier stück gucken wo genau das ist hat sie ist heute wieder nur am anstellen die sucht wieder irgendwo hat hier anstellen kann da unten hallo can you do a ramp nach unten bitte kann ich nämlich direkt eine plattform hin machen da ist die ich glaube jetzt hat er dich das schon besser aus der wim scharschnür ja wie das ja 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 habe ich auch keine sch... hallo? was hat der netz? ja 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 was haben wir denn hier? normales, ja siehst du normal ist dann in Ordnung das können wir doch nehmen später nehmen wir eh auch noch das unreine dazu so als Auffüllmaterial sozusagen wo wo dann bauen wir hier drei meiner dafür brauche ich aber erst mal noch eine und drei stück von denen das kommt noch platz für drei wunderbar dann brauchen wir die bringen nur 60 die minuten 18180 weg machen jetzt stört mich ein bisschen ich bin kurz um die jetzt mal die will ich machen wir brauchen aber auch die verstärkten eisenplatten das ist natürlich können wir das alles auf einmal machen die bringer 55 nein lass mich da mal reingucken mensch ja und die brauchen 3 und drei von denen von denen hier kann man sich das irgendwie an kippen hier an ping an können ich weiß es gibt so eine seite aber mit der tief die raff ich nicht so ganz wenn ich ehrlich bin ich gucke aber im kurzen nach einem blick so ich habe es nachgeguckt das wird ein wenig problematisch und daher werde ich jetzt hier einfach nur ja gut frage was mache ich denn jetzt war ich jetzt erst mal nur die verstärkten jetzt hier weiß ich eisenplatten weil ich ja oben eigentlich habe als eine blöde belegung von katze bitte und 60 schrauben leute leute ich habe die nacht nicht geschlafen der feld hat denken immer schwer erst mal eisenstangen haben wir oben noch die platten bräuchten auf jeden fall schrauben aber eigentlich oben auch noch mache ich erst wenn nur die platten und schickt ihn nach oben mit nach oben einfach noch mehr dran ich muss ja noch mal ein bisschen drüber nachdenken bisschen kuschel denkt arbeit machen können wir vielleicht noch mal eisen vielleicht habe ich ja glück noch mal 400 meter da hinten und noch mal 600 meter würde fast vorschlagen dass wir hier tatsächlich doch eisenplatten machen die dann mit oben dran machen weiß ich rein das kommt 60 246 stück bräuchten wir dann auch nur so was ich jetzt ja auch vor habe ich habe ja mitbekommen ich will die platten eigentlich noch ein bisschen erhöhen und rahmen machen aber das wird momentan wohl nicht so gut laufen nicht so nicht so gut gehen wie ich das erhoffe wenn ich das so mache wir haben ja hier nur 60 können wir nur aus denen ein raus holen das heißt einer kommt hier rein wird in die beiden geteilt und so weiter klar und hier kann ich es eigentlich auch hässlich machen weil das ja nicht unsere die beiden geteilt ich habe doch fälschung und sagt nein monke will das richtig so hier Ja, ja, ja. Und vielleicht mit. Das jetzt wenigstens. Was hat der letzte Aktion? Bitteschön. So, und aus den Reisen, was hier rauskommt, deswegen habe ich die auch so gemacht. Wenn man direkt dahinter nicht weit voneinander fährt. Hier. Drei. Fünf. Und sechs. Ei, die brauchen ja auch 30 Reisenbarren. Kommen 20 nur raus, leider. Aber, naja. So, jetzt hier mal direkt Reisen. Fertig. Wir haben jetzt schon die Eisenbarren. Zwei. Zwei. Vier. Sechs. Acht. Zehn. Zwölf. Das ist doch wunderbar. Das sind direkt alle. Äh, die brauchen Fusionatoren. Mach ich das heute mal ein bisschen kompliziert, oder? Zwei, vier, sechs. Ich muss das fast schon so machen. und zwar aus dem einfachen grund damit wir nicht den verschleiß haben von den zweier wenn dann damit war hier ich will nicht so lange reden weil das so damit wir hier die die verstärkten eisenplatten hier nicht verbrauchen zu stark von daher werde ich jetzt machen das war die hier hin ja du hält sollte man auch richtig rum machen man wäre natürlich cool wenn der dir so machen könnte ist dass die direkt angeschlossen sind dass man erst hier machen muss wie ist da hat er richtig okay die fahren auch mal länger 1 2 3 4 5 6 7 und Ihr werdet so 1 2 3 4 5 6 na na da ist gerne weit machen ja danke snap points aus der hölle so dann werde ich das aber bis nach hause machen dann kann ich ja strom mitnehmen das werde ich dann mal bis bis zur base machen und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder vielen dank fürs reinschauen fürs liken abonnieren und kommentieren und ich hoffe es hat euch trotzdem noch gefallen und wir sehen uns beim nächsten mal dabei euer Wobroach tschüss 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 tschüss